Puschlawiner. Bitte jetzt nicht wieder runterfliegen. Erste Anzeige mache ich. Ja. Parkshow. Complete. Geht's bei euch noch, oder? Ja. Ah. Sehr gut. Oh. Oh. Oh ja. I love it. Ich seh's noch nicht. Wir sind heute nicht auf Wesel, sondern wir haben heute nen Esel. Oder seh ich nicht. So, alle da? Joa. Dann geht's los in 3, 2, 1. Und ich hatte das Schrotflinette eben in der Hand beim Hubschrauber. Hö, das sah aus wie nur Dings. Und deswegen dachte ich halt, irgendwie, das bist du, der hat mich aus dem Helix zweimal angesnabt und ich hatte sogar recht, du bist der Trader, aber... Ja, und ich... Ja. Du hast mich aus dem Helix zweimal angesnabt, dachte ich. Aber gut. Hab ich eigentlich ne Zielscheibe auf dem Kopf? Irgend krieg ich jedes Mal nen Headshot instant. Ja, der war geil, oder? Das war ich für ein geiler Headshot. Schön aus dem Bunker raus. Sag ihm... Ja, aber Waspi, hab ich dich wirklich nicht getroffen? Nee. Ich war rounded, weil ich auch so sehr aus dem Hubschrauber rausgefallen bin. Das war absichtlich für den Hubschrauber. Ich wollte dich wieder beleben können. Ja, das war... Nee, ich wollte dich wieder beleben. Tatsächlich, aber ich hatte keine Credits mehr für den Diffy. Espi, Ansage machst du? In 3, 2, 1... Was wandert für ne Tonne? Tschüss. Tschüss. Mann, 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 Mann. Herrlich. Ich töte den Typen mit... 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 Hubschrauber und Bumerang und Werte dann erschossen. Ich lass dir erstmal zu confirm. Ich bin dann mal kurz auf Scholette. Vor allem, ich war das so geil. Draco mit Manipulation Knife kurz... 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 bearbeitet, ne? Auf einmal erschießt der Data einfach der Innocent, der gerade einen Traitor erschossen hat. Und ich so, okay. Ich, 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 ich... Vor allem, ich hab extra die Dschihad-Bombe gekauft, nur um sie dir zu geben, Draco. Ja, danke. Ich hätt' sie auch genutzt, weise. Hey, das ist ne Melone. Tötet die Melone. Sie ist gesund. Ach, nee, Schnitzel, was, was machen wir nur mit ihr, hm? Das sieht irgendwie nach einer Dinge in zwei aus. So, und jetzt, Schnitzel, kommst du nicht mehr da vorne, jetzt machst du ne Ansage. Warum geht die Tür nicht auf? Doch, jetzt komm. Doch, Schnitzel. Schnitzel macht ne Ansage, Ansage, Ansage. Ich hasse es in der Preparationzeit zu verrecken. Mhm. Ja, du meinst. SP? Nein! In drei, in zwei, in eins. So. Da wirft einfach ne Instant-Dairy oben hin. Ich müsste dann aber mal weg. Ist das denn okay? Das ist noch. Ich hab aber nicht geschossen. Ich hab niemanden getötet. So, die anderen noch eine Runde. Mhm. Gut. Dann wünsch ich euch noch viel Spaß, warum starte ich jetzt auf PS? Oh nein. Also bei mir kommt es drauf an, ob ich Grafikfehler auf der Map habe, weil manchmal hab ich da Grafikfehler. Gut. Also dann, noch viel Spaß euch. Danke. Ciao. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Danke. Bis zum nächsten Mal. Es tut mir leid, dass ich zu spät bin. Darf ich dich was fragen? Kann man eigentlich noch depressiver klingen? Ich bin grad erst aufgestanden. Ja. Hä? Das ist abends da, wo man eigentlich ins Bett geht und nicht da, wo man aufsteht. Ja, aber nicht, wo man eine Schlafstörung hat. Ja, Österreich liegt in einer anderen Zeitzone. Ach, du hast eine Störung. Ich verstehe. Ich mach, glaub ich, nicht mit. Okay. Ich hab schon wieder Grafikfehler auf du. Alles klar. Und ja, ich hab die Texturpakete, keine Sorge. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaub, ich lad mir die nochmal neu runter. Das würde ich dir empfehlen. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ist das ein echter Spieler? Ja, das ist Lars. Tschüss. Tschüss. Lars. Du bist dran. Nee, heute nicht. Ausnahmsweise mal. Wer sagt das? Drei, zwei, eins.